Hallo, September 1.26.23 ist das Projekt in der Finanzierungsphase. Viele E-Mails wurden ausgesandt, jetzt warte ich auf Antworten. Einige sind schon gekommen und die meisten davon positiv. Eine Frage lässt sich herausdestillieren. Manche fragen nach der Wichtigkeit eines solchen Projektes, nach der Sinnhaftigkeit solchen Tons. Das verstehe ich, denn auch ich habe mich mit dieser Frage intensiv auseinandergesetzt. Warum ist so etwas, so ein Online-Wörterbuch oder unser Online-Wörterbuch, in Zeiten von Online-Dictionaries, die über Suchmaschinen gehen, Übersetzungsprogrammen, die frei zugänglich sind und gute Ergebnisse bringen, überhaupt wichtig. Das Erste, was mir einfällt, ist, dass wir mit den Menschen, Menschen, die uns die Wörter geliefert haben, die mit uns zusammengearbeitet haben, das sind Menschen in Zinda, Niger, in Ghana und in Nigeria, persönlichen Kontakt hatten. Wir sind zusammengesessen, haben nach etwas gefragt, es hat Antworten gegeben, daraus hat sich eine Unterhaltung entwickelt und aus diesen Gesamttonaufnahmen wurden und werden die Wörter, die Lexeme isoliert. Es sind an jeder Seite Menschen an der Arbeit, die ihre Informationen aus unterschiedlichen Quellen in die Arbeit einbringen. Es ist grundsätzlich transparent und ein wertschätzender Umgang miteinander. Korrekturen, Ergänzungen können in jeder Phase des Projekts eingebracht werden. Es gibt keine finale Entscheidung durch den Projektleiter, sondern die finale Entscheidung liegt an der Person, die die Informationen gibt. Das ist ein wertschätzender Umgang, der auch in die Arbeit mit eingeflossen ist, in die Edition. Der zweite große Punkt ist, die Tondateien, die wir im Wörterbuch mit veröffentlichen wollen, sind Original-Tondateien, das heißt Original-Tondateien in dem Sinn, dass nicht im Studio von Listen abgelesen wird, was sehr schwierig ist, sondern dass die Tondatei aus einem Zusammenhang heraus, zwar herausgenommen wird, aber in flüssiger Sprache präsentiert ist. Das heißt, so original wie möglich. Warum ist das wichtig? Das ist besonders wichtig zum Sprachenlernen, wie vorhin angesprochen, Übergang von der Lernsituation in die Praxis. Ein weiterer wichtiger Punkt ist, diese Daten sind für die Wissenschaft von Bedeutung, weil sie aus den flüssigen Texten kommen. Keine isolierte Aufnahme von Wörtern in Studios, sondern aus Gesprächen kommen. Das ist wichtig für die Phonologie, das ist die Wissenschaft davon, wie Laute in einer Sprache angeordnet werden können überhaupt. Und, außer es ist eine Tonsprache, natürlich für die Tonologie, dass man weiß oder betrachten, untersuchen kann, wie werden die wissenschaftlich gesicherten Töne, Tonhöhenunterschiede, Töne und Tonhöhenunterschiede in einem gegebenen Wort im Kontext realisiert. Das sind zwei ganz wichtige Gründe, die Wertschätzung und die Wissenschaft, das Menschliche und das, was Menschen mit dem Wissen machen. Zwei ganz wichtige Gründe, die für dieses Online-Wörterbuch sprechen. Zwei ganz wichtige Gründe,